und herzlich willkommen hier im ls 22 in my single player auf der nf marsch natürlich ja wie immer erst einmal essen geben müssen aber er kommt ja was hat man gemacht letztes mal wir haben dann auch ein paar missionen angenommen ja alles weg wie es aussieht den können wir natürlich jetzt mal hier der war jetzt hier auch weg gewesen da war jetzt glaube ich gar nicht die mission hier war gar nicht auf ach so schön wie ist es jetzt auf ich komme jetzt nicht dran und jetzt halt nicht abschließen jetzt habe ich wir haben wir hier nicht mehr abschließen können weil das groß ist es fällt neuen aber das war ja auch nicht so schlimm dann müssen wir das halt abbrechen habe ich mal dass diese funktioniert wie ich mir das durch vorstelle oder denkt dann müsste das jetzt hier auch weg geben ja da gab es ein bisschen problem aber jetzt habe ich da ins wiener zahl genommen dann nicht so funktioniert hatten und jetzt da hier die ganze rand und so ist alles weg aber naja was wir machen also nicht ändern so du fährst jetzt mal dahin und lädst den eben beiden auf mein freund aber wir brauchen jetzt wieder mal ein bisschen geld hier aber es funktioniert so wie sieht der überhaupt aus bis sie uns gleich mal gucken ja da ist nicht viele grad ne so wie sieht's denn hier aus achst du dann passt es auch auch alles im wachstum das ist doch nix egal dann machen wir das jetzt erstmal so die luz gerne das müssen natürlich auch noch ein bisschen also ich denke ich das hätte auch noch ein bisschen noch ein bisschen aber egal das wäre dann wenn man die brauchen wir ja dann später wenn wir das hier gelegt haben ich möchte es ja gelegt haben die brauchen wir ja dann später Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 verteilen ach so wir müssen das seit alles öffnen das läuft hier wenn wir hier oben her kommen das wird nicht passen jetzt noch alles öffnen 10 10 ok das dauert dann hier natürlich bestimmt eigentlich mal also von daher ja 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 i ja das jetzt mit den ändern jetzt so war das so achten in 70 das wird auf alle fälle nichts denken das wird nicht reichen mit den abernten da ja dann müssen wir halt ein paar dazukaufen ist immer zwar pleite aber wir machen jetzt gucken wir mal normal was mich das kosten wird wenn man jetzt drauf hier up 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 Ob, Kohle mäßig aus, nix mehr. Auf alle Fälle nix werden hier, denke ich. Ob die überhaupt hier drauf geladen werden, ich hoffe es mal. Ja, müssen wir halt, äh, jetzt sind wir zu kaufen, es hilft ja nur alles nix. Wird natürlich nicht reichen. Und dann müssen wir uns was anderes einfällen lassen, dass wir das andere erstmal fertig machen. Und mit denen hier noch ein bisschen warten, ich werde das abschließen. Ich möchte schon dieses Zeug haben, ne eigentlich. Der ist ja auch fertig, da kann er dann erstmal stehen bleiben. So, wo sollen das hin? Dann sehen wir ja mal. So, du bist ja auch gleich da. Passt. Ja. 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 Jedenfalls, wenn wir den hier, der so erstmal noch gemäht hat, muss ich auf alle fälle auch so dann machst du mal Spillen Und nochmal Action Dann habe ich mal, dass das so funktioniert Was ich mir jetzt hier vorgenommen habe So, ja, der wird jedenfalls mähen und wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer Folge Und schönen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal Euer Gema Chaco, ciao, ciao Bis zum nächsten Mal